Die Superhaie sind los. Tom Vicente, Mr. President und Nike Marius planen die nächste Mission. Superagent Gussi muss auf dem Laufenden gehalten werden. Das Fleisch wird gerecht verteilt, meint Tom Vicente. Etwas Mexikanisches hat er an sich. Ist das sein Charakter? Ja, Mr. President schreit nach den Chicken. Aber Sie haben heute nicht mal einen Blick für ihn. Justin T. sagt, hey Jungs, lass uns lieber tanzen. Sogar im Supermarkt ist die Hölle los. I can't stop this feeling. Gussi, trotzdem müssen wir weg. Tom Vicente hat gesprochen. Und die Bodyguards folgen prompt. J-Fabian meldet sich. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Um das Feuer wird gedanzt. Widerspricht mir nicht. Wörtgerufen. Superagent TV-Zeiss. Kipot Kevin. Johnny Walker. Und Francesco. Mischen die Gangs auf. Die Feuer wird gedanzt. Die Feuer wird gedanzt. Können wir sagen. Sie sorgen immer für den Ausgleich. Too nice, Dicke. Too nice.